So, wir springen alle in diesen Riesen-Anus! Ich sterbe! Oh, sie kommt im Riesen-Anus, hast du das gehört? Ich habe soeben herausgefunden, wie ich Katagavas laserhacken kann. Der Kontrollraum ist gleich da vorn. Steck an Ballklauch nach 1. Maser. Digga! Übersphäre, aber sie ist ja Übersphäre. Und warum täschst du sie nicht? Aufpassen! Bei dir vielleicht? Wenn du keinen Schaden magst... Kaputt! Nein, ich habe mir geschworen aufzuhören damit. Meine schlechte Angewohnheit. Ich bin die größte! Ich möchte mal geile Waffen oder so. Also so richtig geile Waffen. Ist das leider gar nicht raus? Nein, ich... ...hupf da irgendwo oben herum und schaue, ob es Lut gibt. So wie da drüben! Komm wieder hoch? Komm wieder hoch? Niemals! Na, jetzt... Geh doch hoch! Der will nicht hoch! Heute will er nicht hoch! Ist eh nix nice! Ja! Ich komme! Ja, komm schon! Ich brauche mal eine Stunde oder so! Ja, komm schon! Ich brauche mal eine Stunde oder so! Nein! Moment! 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 Ich habe eine Idee! Ich kann eine dieser... ...süßen Sphären übernehmen und ihr Herren! Das hat er. Niemals! 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 Schmerzen! Nein! Schmerzen! Nein! Hat der... ...einen Hänger oder was? Tja, wie es hat er! Nein, die stinkt nach Fresse! Ich mach die Gegner, ich lauf mal in Blöd rum, ok? Ich schwitzen. Dann macht jeder das, was er am besten kann. Also du liegst. Ja, blöd rum mal laufen. Das ist meine geheime Superkraft. Zu groß. Und ich meinst dir. Ja! Er ist mit nichts zufrieden, oder? Jetzt nimm die. Nozi, da hast du ein Toilette über so. Ja, so wie du bist. Toilette! WC. Weiberlauf! Schnazza, die Drohne hat mich schnazza. Ja! Woher da? Oh Gott! Jetzt sie will hoch, genau! Oh! 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 Wow! Oh! Oh! Was ist wohlства und beleing an? Oh! Hey, ich bin tot! Okay! Waszep adherit! Danke! Kein Problem! Tschuldigung! Jo, ich bin auch gleich. Der Mr. Bär des Soldats. Aua, Junge. Piss dich. Na komm, stirb doch. Okay. Ist doch keine Medizin? Na, nur gut. Ja, war Medizin. Gut, 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 gut. Äh, mit Kacke. Zwarabresk, hier war der Fass. Ehrlich, Rund. Da, bei mir gibt's Loot. Loot und hoffen, Gerd. Hallo, ich bin Zero. Du wirst diese Attentate für mich ausführen. Einfach nicht würdig und in Drogen einzulieren. Schick sie ins Grab. Denke nicht. Oh mein Gott. Handsome Jackie. Hilfe. Ja. Hilfe. Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Nichts. Wir müssen jetzt nicht das Schild immer auf. Ich glaube, ihr müsst runterkommen, oder? Ja, ich bin eh auch da bei dir. Wir geben sie von hinten und von vorne und von der Seite. Hör auf die Minimap, gerade hinten und unten. Leid, 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 Leid! Leid, Leid, Leid. Ihr seid etwa geschezt? Nein, es ist bisher gestern. Ich bin so stolz auf mich. Wie kommt man da nach oben? Da oben gibt es was. Ein Teil. Ich fall runter. Wo gibt es da was? Da oben. Ja, da oben gibt es irgendwas. Und da drüben? Da drüben kommt man hin. Über diese Leiter? Ja. Ja, hast du gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich. Danke. Die Geschichte mit dem eingeschlossenen Arbeiter war eine reine Täuschung. Als ich dort ankomme, ruft Aslan der Flieger von dem Hof. Wie kann man so weit schauen? Aslan hat er, dass du mir meine Hälfte der Kammer gestohlen hast, Leon. Dann lässt er die Tonne mit einer Granate einstürzen. Hör mal bewusst, es ist immer irgendein Arschloch, das eigentlich für Geld umliegen will. Es hat etwas gedauert, aber irgendwann fahr dich raus. Aslan war in der Barf und hat meine Tod gefeiert. Ich hab dem Idioten die Schlüssel von seinem Schiff geklaut und bin ab damit. Ich bin sehr unzufrieden mit meinen Waffen. Ja, ich würde da gerne Waffen wechseln, wenn ihr warten würdet. Ja, macht doch. Schrott bräunet, bräunet. Dann kann ich schnell leveln. Zusätzliche Rüstung erhöht den maximalen Treibstoff und mehr Schaden. Das braucht man, ja. Na, wenn ihr in der Ulti seid. So. In meinem Robo. So. So was, kommen wir noch? Jo. So. Bam. Boah, Doppelschussschrotner toll. Ich bin sicher voll in der Burner. Hallo, ist hier jemand zum Aufschlitzen? Oh, oh. Fettig. Oh, oh. Der Aberlet. Der Aberlet ist doch. Der aberlet ist doch. Der ist ja immer hier. Ich mach ein Gbote. Ich mach ein Gbote. Du wirst schon drauf, Fettig. Der aberlet ist doch. Der ist gleich tot der Heine. Ja, hab ich halt gemacht. Ein Verblämm. Nicht nur du, Bobby. Nicht nur du. Aber meine Ulti ist so stark. Ich mag den Robo. Ich mag den Robo. Der ist schneller. Der kriegt gleich Herzinfarkt herst. Wo ist er? Wo ist er? Oh, die Schrott ist besser. Gefällt mir. Ja, guter Schrott. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ein gutes Schrötchen. Ein Schrötchen, Gott. Da ist was zum Aktivieren, gah? Ja. Ja, dann machen sie das. Dann machen wir das. Oh, Waffenkisch. So, scheiß. So, scheiß. So, scheiß. So, scheiß. So, scheiß. Sag lieb wohl zu deinem Lieblings-Frohgurt-Stand. Was? Flohgurt? Ja. Flohgurt? Ja. Ja. Laserfeuer. Ja. Ja. Laserfeuer. Ja. Ja. Ihr vergisst die Hälfte herz. Was denn? Ja. Was denn? Ja. Ja. Das ist alles. Das liegt da herum. Wir haben genug Geld. Ja. Wir dürfen es ja nicht ausgeben. Wir dürfen es ja nicht ausgeben. Wenn nicht haben unsere Freunde Geld. Wir dürfen nur sparen, ausgeben dürfen wir ja nicht. Wenn der Gaba's Laser nicht aufhalten, schaltet er das Atlas-Hub-Quartier in zwei Doppelhaushälften. Vorstehende lieben nicht in Doppelhaushälften. Doppelhaushälften? Wollen wir da noch runter? oder das sieht nach boss aus oder in den schaffen wir die fünf minuten haben wenn du jetzt noch mal kannst nicht schießen ich kann schon schießen es ist wieder so Alba dran oder Alba dran aufs Maul warum habe ich keine Kennersphäre genommen, die Vergnügungsfehle ist nützlos die Scheiße kaputt da sind noch ganz viele andere ja super wow wow wo ist der kaputt er ist im Kontrollraum, tötet ihn auf der Stelle bleib stehen was ist das für geile vorne Mucke ja vorne Mucke wie hast du nicht die Mucke? ja ich hab die Mucke abgegrüßt so das ist die geile vorne Mucke ja ja jetzt höre ich ganz leise vorne Mucke ja ich hab' mit dem das wo ich hab' mich nicht doch besser oh wir sind noch 50 Gegner, oh habe ich getötet ich hab' die 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 es 8 und es 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 Wir beschützen dich! Kommt auf mich da! Da kommen wir zur Gegnersucht! BAM! BAM, Alter, was halten wir auch? Der Defender ist heftig! Der Finger war hechtiger! Der Defender, ja! Wow, er liegt! Aber... Oh, vielleicht schon ein bisschen aufstehen! Nein, wir hätten da auf, rumzulassen! Wir sind schon wieder auf den Beinen! Neue Stärke! Werd doch ruhig stehen, du! Warum soll der? Werd, er ist der Sturmssoldat! Soll, warum kann ich immer... Ich muss die Stürmer! Ich helfe dir! Er ist gleich dort! Soll, warum kann ich immer... Soldat! Hallo! Oder wo ist der? Facken, wir sind allein! Kommt euch! Kommt euch! Da sind zwei Fäder-Soldaten! Fuhr viel! Und euch! Ja! Ich hab den anderen, ich hab ihn ja! Oder er hat mich erst! Oh, ich hab den anderen! Oh, da kommt der zweite Grotts! Jetzt mal noch einen rüber! Oh, ich bin schon ein Mann! Niemand will sie auch! Niemand will sie auch! Niiiih! Im Robo funktioniert das glaube ich nicht! Nö! Immer muss ich sterben! Aber so läuft das eben in der Geschäftswelt! Das war's! Mehr hat er nicht! Er ist drin! Nö! Ich komme wieder! Womitär! Ist das nicht das Schip, was wir vorher gesehen haben? Mhm! Ja! So! Feuersequenz sofort überschreiben! Security! Tut doch was! Zwei! Eins! Feuerwerk! 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 Wuuu! Ich glaub, der ist kaputt! Scheiße! War das war der! Nochmal! Ich hab's auf Video! Ich hab's auf Video! Ich hab! Ich hab's auf Video! Wo war der? Da oben! Ah! Ah! Was ist denn da hin? Er kommt! Ich meine, was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs? Hm! Eine Sekunde! Du kannst das Fragment jetzt da haben! Na, geht's ja! Nö! Tüsch! Re-Spellchen! Tüsch! Tüsch! Loch! Tüsch! Da steck ich jetzt schon rein! Tüsch! Das ist der jetzt! Der Boss! Jo! Schön! Wie war das Feuer? Hahaha! Das sind wir doch nix! Easy! Guck mal! Der hat ja nix mehr! We-Gal! Tüsch! 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 Warte, ich muss nachladen. Das zählt nicht. Wir haben ein Schild. Da kann man was zählen. Das zählt bloß weg. Das zählt bloß weg. Was weiß ich denn? Weg mit dem Schild. Ich glaube da war Fall. Disco Ball. Bleib hinter dem Schild. Nimm mal den Robo. Oh, war der schwer. Oh, was gelbes. Da ist viel gelbes. Ich war nur eine epische Snapper. Ja, das ist ein Schrot mit 250 Schotten. Das ist ja gar nichts. Ja. 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 Vielleicht fertig. Ja. Wo ist das Fakminken? Ja, ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Macht's gut. Ja. 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 Ja.